Hallo zusammen, du bist hier auf Petras 365-Tage-Wunder-Podcast gelandet. Und los geht's! Die Lektion 116 aus dem Übungsbuch Endkurs und Wundern Wir sind bei der dritten Wiederholung im gesamten Übungsbuch und wir wiederholen heute am Morgen und am Abend Als erstes die Lektion 101 und der Leitgedanke lautet Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück Gott will, dass ich vollkommen glücklich bin Und ich kann nur des Glaubens wegen leiden, dass es noch einen anderen Willen losgelöst von seinem gibt Der zweite Leitgedanke lautet heute aus der Lektion 102 Ich teile den Willen Gottes, der mein Glück will Ich teile meines Vaters Willen für mich, seinen Sohn Was er mir gab, ist alles, was ich will Was er mir gab, ist alles, was es gibt Zu jeder vollen Stunde wiederholen wir den Leitgedanken Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück Und zu jeder halben Stunde wiederholen wir Ich teile den Willen Gottes, der mein Glück will Und auch hier werden wieder die Einleitungen empfohlen aus der dritten Wiederholung Kann man sich anhören oder durchlesen, ich verlinke es gerne nochmal Und die Einleitung aus dem gesamten Übungsbuch Enkos in Wundern wird hierzu auch empfohlen Ich teile die Einleitung Bis zum nächsten Mal